Sie alle setzen Systeme in Ihrer Firma ein. Und damit meine ich jetzt nicht nur Prozesse, damit meine ich auch Software. Und völlig egal, ob klein oder groß, Kette oder Einzelhandel, einzelnes Restaurant bis zum großen Konzern, Sie alle haben verschiedene Softwareprodukte im Einsatz. Und manchmal sind die sehr gut, allerdings werden Sie an vielen Stellen auch aus Ihrer Unternehmung wahrscheinlich kennen, dass die manchmal nicht ganz so gut sind und von daher müssen wir uns doch mal anschauen, wie kann es denn sein, dass sich heute Unternehmen immer noch leisten wollen oder können oder müssen, dass sie mit schlechten Systemen, schlechter Software, schlechten Implementierung Kunden verlieren. Ich gebe Ihnen mal ein ganz simples Beispiel und von da machen wir dann weiter. Ich war letztens in Wien und nach getaner Arbeit, nach Workshops und Coachings lange auch wirklich recht fordernde Einsätze. Da war es dann so, dass ich abends durch die Fußgängerzone in Wien ging. Wunderschön, bestes Wetter und ich ging dann zu einer Eisdiele und sagte, ich hätte gerne drei Kugeln Eis. Die kosten 4,80 Euro. Das ist nicht günstig, aber in der Wiener Innenstadt zu erwarten. Und daraufhin sage ich, ich zahle mit Karte. Daraufhin wird gesagt, Karte nur ab 5 Euro. Das ist schon so ein Punkt, wo ich ganz klar sage, also während der Pandemie zu sagen, man nimmt jetzt nur wirklich entweder nur auf einen Betrag oder gar keine Karte. Das hatte ich auch bei dem Aufenthalt in Österreich bei einer Stelle. Habe ich wenig Verständnis für, aber gut. Nehmen wir das jetzt mal hin und da habe ich gesagt, wissen Sie, ich habe jetzt wenig Bargeld dabei und deswegen möchte ich gerne mit Karte bezahlen. 4,80 Euro kosten die drei Kugeln. Machen Sie einfach 5 Euro draus, dann haben wir ja die Grenze. Die 20 Cent sind völlig okay. Und er sagte dann, nein, das geht nicht. Das können wir im System nicht abbilden. Und das ist der Moment, das haben Sie vielleicht auch schon mal bei sich in der Firma gehört. Das können wir in unserem ERP-System, wir wollen ja keine Produktnamen nennen, das können wir in unserem ERP-System nicht abdecken. Und das ist ja der Startpunkt, wo wir uns anschauen müssen, was läuft derzeit eigentlich falsch und vor allen Dingen, wie können wir es besser machen. Denn realistisch gesehen, Innovationen, Ideen, Umsetzungen können doch nicht mit, das können wir nicht im System abbilden, plötzlich nicht mehr durchgeführt werden. Es kann doch nicht sein, dass Ihr Kunde sich dem System anpassen muss oder Ihre gesamte Organisation sich dem System anpassen muss. Denn Tatsache ist, und das ist eben auch klar, die Leute stellen sich natürlich schon eine Frage, wer bestimmt denn jetzt das Geschäft? Die Software oder der Bedarf vom Kunden? Also ich war dann auch wirklich völlig perplex und ich sagte dann, wissen Sie, Sie können jetzt 5 Euro drauf machen oder gar nicht, dann können Sie die Kugeln wieder aus der Waffel pulen und viel Glück. Und dann, das habe ich natürlich freundlicher gesagt, dann sagt er ja, also er kann jetzt nichts machen, denn das Kartengerät ist gekoppelt an die Software und 4,80 Euro, er kann da jetzt nichts einfach so drauf buchen, dann schade, schönen Tag noch. Das ist doch wirklich traurig. Und das muss doch, da muss es doch im Entscheidungsbereich, wenn man sich mal für Systeme entscheidet, irgendwo Leute gegeben haben, die vielleicht mal gedacht haben, gibt es bei sowas nicht eventuell Situationen, wo wir sowas berücksichtigen sollten. Übrigens apropos Entscheidungen, da hatten wir gerade gestern ein tolles Interview, Jan Heitmann, ehemals professioneller Pokerspieler, heute spricht er über Entscheidungen, seine Expertise ist dort angesiedelt. Er war früher wirklich Berufsspieler, wo es ja um Entscheidungen, Abwägungen, Risikobeurteilungen und so weiter geht. Ein tolles Interview kann ich nur empfehlen, gerade gestern hier auf dem deutschen Podcast erschienen. Und auf dem englischen Kanal haben wir eine Legende wirklich einer Industrie, nämlich Brian Walter. Brian Walter ist einer der besten Eventorganisatoren, die ich kenne. Also wenn Sie mal irgendwann vorhaben, Sie möchten so eine Tagung machen, und so eine Tagung, an die sich Leute erinnern, wo Leute drüber sprechen und sagen, das sind Dinge, an die wir uns erinnern, wo sie auch emotional was verankern. Bei Brian Walter lernen Sie wirklich was. Auf dem englischen Podcast-Kanal habe ich ihn interviewt und das sogar ein bisschen länger. Da sehen Sie wirklich mal Einblicke, wie machen Sie eigentlich Firmen-Events so, und langsam geht es ja wieder los mit den Events, dass es eben nicht nur kommen, langweilige Vorträge, Standard-Ehrung am Ende, wo keiner vorbereitet ist und alle gehen nach Hause oder betrinken sich an einer Bar und erinnern sich eigentlich nur an das Besäufnis an der Bar. Das kann ja nicht die Zukunft sein. Auf jeden Fall kann ich Ihnen empfehlen, Brian Walter interviewt gestern auf dem englischen Podcast. Kommen wir jetzt mal zurück zu den, was passiert mit schlechter Software, schlechten Systemen und warum kostet es die Kunden? Was ist denn die Problemstellung? Punkt Nummer eins ist ja erstmal, Einschränkungen werden ja heutzutage als gegeben hingenommen. Also wenn irgendjemand sagt, das können wir im System nicht abbilden, dann nicken mittlerweile in Meetingräumen viele und sagen, ach ja, schade. Dabei wäre die richtige Antwort, das ist doch nicht mein Problem. Also was für eine Software führen Sie denn ein, wo Sie sagen, die Software schränkt das Unternehmen einen Hinblick auf die Weiterentwicklung zum Kunden? Und natürlich das Verständnis, was Sie intern dafür mittlerweile bereits aufgebaut haben, wahrscheinlich durch Resignation in den Jahren davor, haben Kunden nicht. Zu Recht. Warum sollte ich als Kunde denn mich Ihrem System anpassen? Wo sind wir denn hier? Flexibilität von Software sollte heute einfach Standard sein und ist es bei guten Softwareprodukten heute auch. Denn die Frage ist natürlich, wenn Sie eine Software einführen und meistens nehmen Sie ja ein Euro mehr in die Hand. Wenn Sie die einführen, dann werden Sie ja auch mit den Softwareherstellenden Unternehmen sprechen. Und wenn da was fehlt, warum kommt dann nicht die Frage, warum haben wir das nicht? Oder warum kann das nicht angepasst werden? Was für Entscheidungen werden denn getroffen, dass Sie im Endeffekt von vornherein sagen, intern die Mitarbeitenden leiden darunter, die Organisation leidet darunter und noch schlimmer, die Produkte und die Kunden leiden darunter. Das heißt, mit einer teuren Einführung haben Sie nicht einen Nutzen, den Sie glauben. Sie möchten irgendeine Anforderung erfüllen, während Sie gleichzeitig dem Erfolg der Unternehmung sich quasi selbst in den Weg stellen. Welche Logik bitte ist das denn? Und dann haben Sie oft die Diskussion, die drehen sich intern um Prozesse, Software, Programmierung. Übrigens oft von fachfremden Programmierenden ohne Fachhintergrund. Das ist übrigens nicht deren Schuld. Also geben Sie keinem Programmierer die Schuld. Aber ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn Sie eine Controlling-Software einführen, nur mal so ein Beispiel. Sie führen eine Controlling-Software ein, dann können Sie entweder Leute nehmen, die haben einen Programmierhintergrund und die programmieren Ihnen da alles hin, was Sie wollen. Sie können aber auch Leute nehmen, die einen Controlling-Hintergrund haben, dann in den Bereich Programmierung gegangen sind und dort zum Beispiel jetzt Dienstleistungen entsprechend bieten. Das wäre die deutlich bessere Wahl. Natürlich kostet die einen Euro mehr. Das versteht sich von selbst, weil ja auch die Qualität der Dienstleistung deutlich besser ist. Aber dann wenigstens sind die internen Kunden und dann natürlich in der Folge auch die externen Kunden, also die, die bei Ihnen einkaufen, entsprechend mit berücksichtigt, weil die Leute die Denke drauf haben, die sie brauchen und nicht nur sagen, ich programmiere mal, was Sie mir hier sagen, egal wie sinnbefreit es sein mag. Dieses stoische Hinnehmen einer schlechten Lage intern, um anschließend dann zu sagen, ja, wir reden uns raus, wenn es dann um die externe Anwendung beim Kunden geht, ja, manche Kunden sind ja auch schwierig, da sollte der Kunde Verständnis für haben oder es wird gesagt, unsere Ansprechpartner haben keine Ahnung oder der Markt will das nicht, dann redet man sich irgendwie raus, während tatsächlich ein Produkt wahrscheinlich am Markt gelandet wäre, wenn es denn besser implementiert worden wäre. Die Problemstellungen sind wirklich umfassend und ich bin zugegebenermaßen ziemlich entsetzt, wie viele Leute aus der Pandemie rausgehen und immer noch da sitzen und mir sagen, unser System kann das nicht, passen Sie sich dem bitte an. Wer bin ich denn? Wenn ich von irgendwelchen Airlines einen Voucher bekommen habe und die mir dann sagen, das können Sie online nicht einlösen, glauben Sie mir mal, dann ist aber Achterbahn. Denn ich bin ja wohl nicht derjenige, der eine Stunde aufwenden muss, um bei Ihnen im Callcenter irgendwo zu landen, um einen Voucher einzulösen, denn vorher haben Sie mir diesen Voucher gegeben unter dem Versprechen, dass ich ihn einlösen kann. Das ist eins von vielen Dingen, auf die man derzeit trifft. Der Punkt ist, solche Dinge sind oft kulturell verankert und je größer die Organisation, desto mehr nehmen Leute hin, da wird einem gesagt, das geht halt nicht und dann sagen alle, ach so, na gut. Und Sie werden immer mehr Kunden haben, die das nicht hinnehmen. Und dann wird oft gesagt, ja, diese Kultur ist nur schwer veränderbar. Natürlich ist das schwer veränderbar, aber Sie können damit mit Seminaren oder Coachings oder über Consulting und Mentorenprogramme können Sie dort viel machen. Sie können bei Ihren Events professionelle Vortragsredende einladen, die Ihnen mal Impulse geben in eine gewisse Richtung und Sie können sich auch begleiten lassen von externen Projekten oder Interimsmanagement. Wir können uns da gerne unterhalten. Schicken Sie mir gerne eine E-Mail an nb-networks.com. Ansonsten finden Sie mich auch auf allen Social-Media-Plattformen. Da bin ich einfach zu finden und auf allen Business-Netzwerken. Übrigens auch hier wieder vielen Dank für das positive Feedback zu den Artikeln, die ich jede Woche entsprechend auch veröffentliche, neben dem Podcast. Wenn Sie mehr möchten als diesen Podcast übrigens, wir haben noch jede Menge mehr Inhalte unter expert.nb-networks.com. Da kurz draufgehen, die E-Mail-Adresse eintragen. Dann gibt es jeden Mittwoch 100% Inhalte, garantiert werbefrei, mehrere Impulse. Und wir planen dann auch jede Menge mehr. Die, die schon länger dabei sind, haben gesehen, wie es über die Jahre gewachsen ist. Jetzt müssen wir aber gucken, wie es besser geht. Wie kann ich bei der Systemlage, die wir haben, es besser machen? Also Punkt 1. Bei allem, was Sie tun, 100% Kundenfokus. Der Fokus kann nicht sein, Abteilung X will das aber so und alle springen dann. Das kann nicht sein. Und Sie müssen alle Prozesse, die Sie einführen, auch mal durchspielen. Spielen Sie alle Prozesse als Kunde durch und fordern Sie Ihre Prozesse auch entsprechend heraus. Das können Sie auch mit externen Firmen machen, die testen das dann für Sie. Aber führen Sie nicht irgendwas ein, rollen es aus und wundern sich dann, warum es eventuell nicht funktioniert, weil nie ein realer Kunde es testete. Und wenn Sie Probleme sehen, natürlich umgehend ändern. Denn jeder Workaround, sei er auch noch so temporär, ist besser als eine Warteschleife von geht nicht, weil das System es nicht abbilden kann. Das gilt übrigens auch, wir haben ja jetzt demnächst in Deutschland eine Wahl, die unsere Menschen, die hier aus Österreich, Schweiz oder anderen Bereichen der Welt, wo Deutsch gesprochen wird, zuhören. Für die trifft das gerade mit der Wahl nichts. Aber wir haben ja demnächst eine Wahl. Klar ist halt natürlich, dass wenn wir uns für die Zukunft ausrichten wollen, Zukunftsfähigkeit basiert natürlich auf freiheitlichen, liberalen Systemen. Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Passende Lösungen für Ihre Kunden zu finden, passiert nicht, wenn Sie Ihren Kunden sagen, du darfst nur diesen Weg gehen. Ich erinnere mich lebhaft daran, wie während der Pandemie bis zum Schluss manche Webseiten sich geweigert haben, PayPal zu nehmen. Dann habe ich eben woanders eingekauft, wo PayPal funktionierte, solange bis andere Webseiten es gemerkt haben. Gucken Sie mal auf Statista nach, welchen Marktanteil mittlerweile PayPal hat, wenn es um Bezahlungen geht. Und ich weiß, wenn Sie jetzt sagen, wir handeln einmal mit Gütern, da wollen Leute gar kein PayPal, darum geht es auch nicht. Das ist nur ein Beispiel, wenn Sie im Endkundengeschäft sind, bezahlen viele mit PayPal. Wenn Sie zum Beispiel seltene Erden handeln im zig-Tonnen-Bereich, sagt keiner, ich möchte gerne mit PayPal bezahlen. Aber Tatsache ist, die Einschränkung durch Systeme kostet Sie Geschäft. Das heißt, neben der teuren Einführung haben Sie danach ein schlechter optimiertes Geschäft als vorher. Wichtig hierbei ist, und das ist der dritte Aspekt, nachdem also der hundertprozentige Kundenfokus passiert mit dem Durchspielen aller Prozesse und bei Problemen umgehend agiert wird. Jeder Workaround, wie gesagt, ist besser. Also jede temporäre Lösung ist besser als Warteschleife und geht halt nicht anders. Punkt drei ist, die Führung muss es eben ganz klar vorleben. Auch die Compliance-Abteilung ist natürlich dafür da, dass gewisse Dinge eingehalten werden, kann aber nicht professioneller Bremser bei jeglicher Innovation werden. Und auch die Belegschaft muss ganz klar sehen, ihre Mitarbeitenden müssen klar sehen, dass eine Handlung erwünscht ist. Dass Menschen halt sagen, wir möchten hier etwas verändern. Wir haben die Bereitschaft zum Lernen, wir haben auch die Bereitschaft, etwas auszuprobieren, wo auch mal Scheitern passieren wird. Und natürlich auch Risiken mal eingegangen werden, ob etwas funktioniert. Und dafür haben Sie ja unter anderem Risikomanagement. Da wird ja auch Jahrzehnte bereits drüber jetzt gesprochen. Deswegen werden Sie das wahrscheinlich auch haben. Und wenn nicht, dann sollten Sie es haben. Aber Tatsache ist halt zu sagen, wir fahren halt die Null-Risikoschiene. Das kennen Sie aus der IT. Wenn Sie der IT immer nur Feuer machen, also schlechte Führung einer IT-Abteilung ist folgendermaßen. Also erstmal kriegt die IT keine Stelle oder keine Position in der Geschäftsführung, hat also nichts zu melden. Da übrigens zur Info, mittlerweile haben Handelskammern die IT-Leitungen in die Geschäftsführung geholt. Also das heißt, wenn Sie die IT nicht auf hoher Ebene ansiedeln, nachher auch entsprechend mit Wortmeldungen und Rederechten, dann sind Sie leicht langsamer und unflexibler als Handelskammern. Glückwunsch dazu. Das ist mal was zum Nachdenken dann. Aber Sie brauchen eine innovative IT. Wenn es so läuft, wie es bei manchen Unternehmen läuft, die IT bekommt nie ein Lob und sofort Ärger, wenn irgendwas schief geht, dann nagelt die IT eben alles zu. Dann werden überall Passworte eingebaut und Eingrenzungen, alles wird deaktiviert. Und dann sagen Sie, komisch, man kann hier immer nichts machen. Und wenn der Kunde was will, geht es immer nicht. Ja, das haben Sie durch schlechte Führung selbst zu verantworten. Und das Vierte dabei ist, ein wichtiger Punkt ist heute eben Time-to-Market. Also wie schnell kommen Sie mit Ihrer Sache an den Markt? Wenn Sie sagen, ich kann das nicht abbilden, das nächste flexible Start-up steht schon in den Startlöchern. Und zwar völlig egal von wo, ob die aus den USA kommen oder aus London. Tendenziell kommen die ja eher aus dem englischsprachigen Raum. Oder wenn Sie sehen, was in der Start-up-Szene in Israel unter anderem los ist. Deutschland will sich ja immer wieder feiern für die Berliner Start-up-Szene. Ja, herzlichen Glückwunsch zu niedrigen Mieten. Übrigens hat das auch Auswirkungen direkt auf die Einkommen der Leute dort, die nicht übermäßig toll sind. Die großen Innovationen, gucken Sie in den Tech-Bereich, kommen leider immer noch nicht aus Deutschland. Deutschland wird dann immer irgendwann nachgelagert irgendwo gezeigt. Immer wenn Sie sagen, irgendwas geht nicht, können Sie davon ausgehen, jemand anders wird es möglich machen. Mit einer kleinen, flexiblen Firma ohne jegliche Einschränkungen. Und dann ist das Geschrei wieder groß, wo gesagt wird, warum wird uns der Markt weggenommen von einer Studierendenperson, die eine App kreiert hat. Naja, weil sie es vorher als Chance hatten und bewusst nicht wahrgenommen hatten. Und deswegen ist wichtig, dass Sie diese Dinge zeitnah angehen. Und deswegen wichtig gerade, ich weiß, wie schwer solche Entscheidungen sein können. Und deswegen nochmal der Hinweis, gestern tolles Interview, Jan Heidmann, der professionelle Pokerspieler, der Ihnen wirklich mal was erzählt, auch wie Entscheidungen getroffen werden, wie Sie Risiken beurteilen können, was ja aus seiner beruflichen Laufbahn auch extrem wichtig war. Und bei dem englischen Podcast, wenn Sie halt mal sagen wollen, wir möchten für unsere Firma mal was tun, hören Sie sich mal an auf dem englischen Podcast bei Brian Walter, wie tatsächlich Events funktionieren. Denn die meisten Events, insbesondere im deutschsprachigen Raum, sind nicht übermäßig toll. Da gibt es ein paar Ausnahmen, aber nicht viele. Wichtig auf jeden Fall ist jetzt, ich weiß, das Thema ist sehr komplex und das Thema sorgt immer für viele Diskussionen. Lassen Sie uns gerne in die Diskussion gehen. Ich freue mich da jede Woche wieder drüber. Unter nb-networks.com können Sie mir jederzeit gerne eine E-Mail schreiben. Und jetzt gilt es anwenden, anwenden, anwenden. Denn nur was in die Organisation kommt, ist das, was nachher auch tatsächlich funktioniert. Ich wünsche viel Erfolg bei der Implementierung in Ihrer Organisation. Wenn Sie da Hilfe haben möchten, kontaktieren Sie mich jederzeit gerne. Doch jetzt bleibt mir für diese Woche erstmal nur eins zu sagen, nämlich vielen Dank für Ihre Zeit.